Über ängstliche Bürger sollte man empfehlen, ein bisschen in der Welt rumzureisen. Denn dann würden sie sehen, dass diese Krankheit, diese Situation, die wir weltweit haben, womöglich doch gar nicht so schlimm ist, wie man versucht, ihnen klarzumachen. Es gibt ganz andere Ängste bei vielen Menschen. Es sind Ängste vor allen Dingen um die wirtschaftliche Zukunft. Denn vielen Menschen hat man vor allen Dingen im Augenblick die Existenz genommen oder zumindest die Existenz erschwert. Das ist vor allen Dingen der Fall auch in Ländern, in denen viele Menschen auch vom Tourismus leben. Wo man Restaurants hat, wo man Kneipen hat, wo kleine Menschen ein oder zwei Apartments haben, die sie vermieten oder ein kleines Geschäftchen. Es sind mehr Zukunftsängste. Man fragt sich, wann wird die Situation endlich wieder so, dass ich Einnahmen habe, dass ich Touristen willkommen heißen kann. Das ist ein Riesenproblem in Ländern, in denen es viel Tourismus gibt. Ich habe mich hier viel mit Menschen unterhalten und die Kroaten sind sehr stolze Menschen und sehr starke Menschen. Ich hatte ja schon erzählt über die Mikrowelle. Die wird hier wahrscheinlich nicht eingeführt, denn so schnell hier ein Mast steht, wird er von den Bürgern umgesägt oder was auch immer. Deswegen ist dieses Land auch noch relativ frei. Ja, es gibt Läppchenpflicht. Aber ich habe bis jetzt nur wenige Leute gesehen, die sich daran halten. In Supermärkten zum Beispiel. Aber wenn man sich nicht daran hält, auch kein Problem. Ungefähr zwei Drittel der Menschen trägt das Läppchen eh unterm Kinn. Also hat das Läppchen zwar an, aber trägt es unterm Kinn. Ich bin mal gespannt, wann hier Strafen kommen, wie in Deutschland oder in anderen Ländern, für das Nicht-Tragen der Läppchen. Aber wie gesagt, die Kroaten sind sehr starke, sehr stolze Menschen. Und sie sind vor allen Dingen auch sehr stolz auf ihr Land. Sie haben sehr viel erlebt. Sie haben Kommunismus erlebt. Unter Tito, Jugoslawien. Danach Krieg. Danach Freiheit. Endlich. Und dann halt die Mitgliedschaft in der EU, über die sehr, sehr viele Menschen sehr unglücklich sind. Denn diese Mitgliedschaft hat vor allen Dingen dazu geführt, dass vieles sehr, sehr teuer geworden ist für die Kroaten. Die Preise sind zwar, gibt es die eigene Währung, Kuna, aber die Preise sind in etwa vergleichbar mit den Preisen. In Deutschland oder in den Niederlanden oder in Frankreich oder in Belgien. Ähnlich. Manche Sachen sind ein bisschen preiswerter, andere ein wenig teurer. Wenn man sich mit deutschen Touristen, die man hier auch trifft, unterhält, die schon seit Jahren hierher kommen, die sagen, Kroatien ist sehr, sehr teuer geworden. Und für die Einheimischen ist es auch sehr, sehr teuer geworden. Denn dieses Niveau muss erst mal erwirtschaftet werden. Und hier haben viele Leute noch eigene Olivenbäume, machen eigene Marmelade, machen alle möglichen Sachen, die sie dann auch teilweise verkaufen. Ja, das Leben ist für die Menschen hier schwerer geworden und es wird jetzt noch schwerer. Aber über diese Krankheit macht sich hier kaum jemand Sorgen. Ich habe bis jetzt niemand getroffen, der mir gesagt hat, das ist ganz schlimm und ich bin unglaublich ängstlich. Doch, eine Person. Aber wirklich nur eine einzige Person. Denn sie sagen, angeblich ist das hier eine sehr bedrohende Situation. Und trotzdem sind die Symptome ähnlich, vergleichbar mit der einer Grippe. Und wir haben auch kaum Verstorbene im Zusammenhang mit dieser Situation. Und auch kaum Kranke. Wie kann das sein? Die Menschen schalten ihren Verstand ein, denn sie sind gewohnt, selbstständig zu denken. Hier ist man auch stolz auf das Land, stolz auf Kroatien. Und es wird auch oft der Vergleich mit Deutschland gezogen. Und da sagen viele Leute, ja, wir verstehen das. In Deutschland, es ist natürlich schwierig. Als Deutscher darf man nicht stolz sein auf sein Land. Dann ist man sofort jemand aus einer ganz bestimmten Richtung. Denn es gibt ja die Vergangenheit. Man hat den Deutschen die Situation oder, wenn man so will, auch womöglich den Stolz genommen. Da ist immer so ein bisschen schlechtes Gewissen mit im Unterbewusstsein. Und Stolz sein auf Deutschland, ja, das hat was ganz Negatives. Hier ist man stolz auf das Land. Übrigens, das macht sich auch im Fußball sehr bemerkbar. Es gibt hier eine Fußballmannschaft in Split. Die ist ganz besonders bekannt, berüchtigt, wenn man so möchte, auch in der Welt, auch in Kroatien. Und man ist stolz. Man ist stolz, dass man Kroate ist. Und man ist stolz auf diese Fußballmannschaft. Fußball ist übrigens auch ein Politikum. Es ist eine Art, ja, wie man messen kann, wo die Leute halt auch gemeinsam zusammen für den eigenen Verein sind. Merkt man auch in Deutschland. Übrigens, das war auch interessant, als Deutschland Weltmeister war. Wir sind Weltmeister. Da war plötzlich ein wenig erlaubt, dass man stolz auf sein Land ist. Aber wie gesagt, in Deutschland ist es relativ schwer und relativ unerlaubt, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist, unerlaubt, eine eigene Meinung zu haben. Die Meinung, die öffentliche Meinung, die Meinung der Massenmedien in Frage zu stellen. Da ist man sofort, uiuiuiuiui. Sie wissen, wen ich da meine, ein V-Theoretiker ist man dann. Ein V-Theoretiker. Und noch viel, viel schlimmer. Sie wissen, dass ich mir regelmäßig auch natürlich die Nachrichten in den gängigen Medien anschaue. Und da wundere ich mich immer wieder, wie man es schafft, auch als Virologe, sich hinzustellen, ein Interview zu geben, Fragen zu beantworten, ohne etwas Vernünftiges zu sagen. Mit vielen Äs und Os, aber ohne konkrete Inhalte. Und Inhalte, die sich dann im gleichen Interview teilweise sogar widersprechen. Das schaffen nur wenige Wissenschaftler. Aber es gibt einige Wissenschaftler, die das schaffen. Übrigens, gerade diese Wissenschaftler sind zurzeit in den Massenmedien besonders beliebt. Das ist interessant, wenn man das mal vergleicht weltweit. Es gibt in Deutschland einen Vorzeigewirologen. In den Niederlanden gibt es auch einen, einen Vorzeigewirologen. In den USA gibt es auch einen Vorzeigewirologen. Sie wissen, Fauci. Die anderen Namen brauche ich jetzt nicht erwähnen. Das sind zu viele Namen in einem Interview. Können Sie aber ganz leicht und ganz einfach nachgoogeln. Auch in Kroatien gibt es einen Vorzeigewirologen. Auch in Italien einen Vorzeigewirologen. Man sucht sich jemanden aus und meistens sind das Menschen, von denen man vorher noch nicht viel gehört hat. Und das sind dann die Vorzeigewirologen, die Vorzeigeärzte und alle anderen Ärzte, Virologen, wer auch immer, kommt nicht zu Wort. In Belgien gab es jetzt eine Situation, wo sich viele Ärzte, Virologen, Wissenschaftler zusammengetan haben. Und die haben gesagt, nein, es reicht. Es ist anders, als ihr sagt. Es ist gar nicht so, wie ihr uns das erzählt. Womöglich gibt es einen anderen Grund. Und es werden immer mehr Fragen gestellt. Die Kroaten jedenfalls gehören für mich nicht zu denjenigen, die wach werden, sondern zu den Menschen, die schon längst wach sind. Hier sind die Menschen wach. Hier sind die Menschen kritisch. Man traut sich, kritisch zu sein. Und man liebt Menschen, die kritisch sind. Das ist der große Unterschied zu unserem Land, wo Kritiker gerne in die V-Ecke gedrängt werden. Nein, Kritiker sind besonders wichtig. Gerade jetzt. Denn es werden immer mehr. Und immer mehr halten zusammen. Jetzt geht es um Menschlichkeit. Jetzt geht es darum, Menschlichkeit zu zeigen. Zu zeigen, wer man ist. Gemeinsam wach zu werden, wenn man noch nicht wach ist. Und es ist die Gemeinsamkeit, die uns stark macht. Das sollte uns auch immer mehr bewusst werden. Die Gemeinsamkeit und ja, auch das Umarmen der anderen Menschen. Auch die Kinder sollten umarmen. Sonst entwickeln sie sich zu Psychopathen. Wie kann man Kinder dahin erziehen, dass sie sich nicht gegenseitig berühren dürfen, dass sie andere Menschen berühren dürfen und umarmen dürfen? Man erzieht sie hin zu gewissenlosen Psychopathen. Das darf nicht sein. Umarmen, küssen, Nähe, das ist das, was wir brauchen. Gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark.